Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu Let's Play The Mall. Ich wollte das noch länger weiterlaufen lassen, ne? Scheiße, egal. Ähm, ja. Wir sind ziemlich weit bisher eigentlich. Was ich jetzt noch gerne ändern wollen würde, ist... Eigentlich würde ich hier gern Sachen hinstellen, damit die nicht immer nach oben rennen müssen. Nur wie mache ich das? Moment, ähm... Das hier bitte removen. Und das hier removen. So, will ich das beides nochmal removed haben, bitte? Und dann brauchen wir... Ich kann das eigentlich hier hinstellen, ne? Oder? Eigentlich schon. Den da... Und den da... Kommen die Leute hier immer noch durch, genau. Ich muss dann nur noch die Tür einmal ändern, genau. Tür weg. Ähm... Walzeln. Und... Die Tür jetzt irgendwie hierhin verlegen oder so. Genau. Was hatte ich denn da? Ich hatte da... Tür B-Pflanzen, ne? Genau. So. Dann... Eigentlich könnte ich das hier auch wegmachen, ne? Obwohl. Nein, lassen wir mal. Lassen wir das da. Lassen wir das da. Ja. Müssen wir nur kurz gucken, wie die hier sich jetzt bewegen. Ob die jetzt wirklich hierhin gehen? Ne. Laufen wir mal noch nach oben. Was ist, wenn ich das doch wegmache? Laufen die dann hierhin? Oder war es einfach nur, weil es nicht voll war? Jetzt laufen sie nach da ganz oben. Ist ja dumm. Aber ich lasse es trotzdem mal stehen. Einfach nur, weil es besser aussieht. Sag ich mal. Ja. So lassen wir das. So lassen wir das. Ähm... Genau. Was können wir denn jetzt eigentlich noch bauen? Wir könnten jetzt erst mal... Was machen wir? Machen wir Bowling? Oder machen wir ein... Kino? Ich weiß es nicht. Wo wollte ich das hinmachen? Hier unten wollte ich das hinmachen, ne? Ich glaube, dann machen wir das auch erst mal hier hin. Achso, ähm... Das weg. Hier dann eine Straße hinmachen. Die brauchen halt Ewigkeiten dafür. Ähm... Restaurants. Hä? Wir haben noch Restaurants. Hä? Wir hatten doch... Ich mein... Hä? Okay. Das verwirrt mich. Egal. Gut. Ähm... Genau. Wir könnten auch erst mal eigentlich... Äh... Haben wir nicht irgendwie... Irgendwie müssen wir einen Bus... Bus... Stop... Hinmachen, ne? Haben wir das schon? Ne, haben wir gar nicht. Oh. 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 Ähm... Wo sind die? Research, ne? Aber ist grad... Okay. Wird grad gemacht. Gut. Ich glaube, hier unten bauen wir wirklich ein... Dings hin. Erstmal... Bowling, komm. Bowlingbahn. Machen wir hier eine Bowlingbahn hin. Obwohl, nein. Nach hier unten wollte ich ein riesiges Kaufhaus machen, ne? Ne, nach hier oben. Machen wir erst mal noch eine längere Straße? Ne, komm. Komm, komm, komm. Wir bauen, ähm... Hier. Fängt hier, würde ich sagen, an. Bowling, Bowling muss groß sein eigentlich, ne? Och, Mensch. Ich glaube, wir bauen eher ein riesiges Kaufhaus. Ein riesiges, riesiges Kaufhaus. So eine Straße hier lang bauen. Hier lang kommt auch noch eine Straße. Die führt nach hier. Und dann kommt hier alles. Voll. Als riesiges Kaufhaus. Nachdem wir hier nochmal rundum, glaube ich... Parkplätze hin gemacht haben, oder? Ja, ich glaube, so machen wir das. Nochmal überall Parkplätze hin. Ich glaube, hier fange ich an... Ne, dann kommt hier unten... Hier, glaube ich, ein Garbage-Parkplatz hin. Und ein Loading-Zone. Obwohl, nein, das muss ja irgendwie... Wo mache ich denn das Lager hin? Eigentlich könnte ich das Lager hier so hin machen, ne? Machen wir das? Ich weiß es nicht. Ich bin gerade mal überlegen... Ich könnte auch... Könnt auch... Nee. Kann ich nicht. Okay, bauen wir erst mal die Straße weiter. Warten wir halt. Ähm... Wir brauchen halt ein viel größeres Kaufhaus, damit wir irgendwie... mehr Angebote machen können. Ich weiß gar nicht. Das könnte auch ein bisschen zu groß sein, aber... Egal, machen wir ein riesiges Kaufhaus. Da drin können wir noch ein Restaurant bauen, so ein kleines. Hier hinten in die Ecke oder so. So ein kleinen Mini-Restaurant. Kommt hier, glaube ich... Ja, komm. Dann machen wir hier... Das Lager hin. Ja. Hier so ein Lager. Genau. Ich glaube, das... Ja, doch. Hier das Lager. Hier oben kleines Restaurant. Und der Rest des Teils... Dann muss das aber noch größer. Ah, okay. Wieso hat das eh nicht funktioniert? Größer. Dann mache ich es ja hier unten. Dann mache ich ja... Eine Bowlingbahn und so hin, ne? Sagen wir mal, wie groß ist denn so ein... Moment. Oh. Ist ja ganz schön klein. Okay. Reicht das eigentlich schon am Platz her, ne? Ja. Ist das da drin, die Bowlingbahn? Also sind da drin die Pinze oder so? Ich weiß es nicht. Ja, ich glaube schon. Dann reicht das am Platz. Ja. Dann können wir nämlich... Hier runter kommen dann Parkplätze irgendwie. Ja, nachdem es hier fertig gebaut ist. Ähm... Hier geht es noch weiter. Können wir schon mal weitermachen? Ja, ne? Ja. Obwohl... Wir machen erst mal hier oben Parkplätze jetzt hin. Wie weit können wir das denn eigentlich bauen? Bis hier. Nein. Okay. Ähm... Mache ich das... Hier? Ja. Dann mache ich hier oben so einen großen Parkplatz hin. Au! Au. Okay. Bis hier. Hier Parkplatz, hier Parkplatz. Und dann geht das hier wieder weiter. Zwei Platz. Runter. Zwei Platz. Runter. Wieder Platz. Runter. Runter. Und eigentlich... Ich kann da oben ja noch Parkplätze hinklatschen. So. So. Genau. Was noch hier? Oh, shit. Jetzt habe ich es weggeklickt. Wir haben Geld bekommen. So viel weiß ich. Okay. Genau. Dann kommen hier halt überall Parkplätze hin. Hier können dann auch noch einmal Parkplätze komplett hin. Würde ich sagen. Ja. Hier Straße und hier oben können dann auch noch mal Parkplätze hin. Hier. Und hier drin. Das passt so. Schätze ich jetzt einfach mal. Würde ich jetzt mal so sagen. Das passt schon. So. Und hier würde ich sagen... Reicht der Platz an Bowlingbahn, sag ich mal. Zack. Haben wir eine längere Straße. Und dann können wir hier erst mal... Customers Parking komplett machen, würde ich sagen. Ja, doch. Parkplätze. Hier auch einmal komplett Parkplätze. Ich weiß aber, wie gesagt, nicht wie weit ich das noch nach hier hinten ziehe. Deswegen lassen wir das erst mal so. Ich habe eine Nachricht bekommen. Warum? Okay. So. Jetzt müssen wir halt warten, ne? Toll. Warten. Wir könnten mal ein paar mehr Arbeiter einstellen, oder? So. Die Arbeiten von... Sieben. So. Ist auch nicht mehr ganz zufrieden. Okay. So. Ähm. Also von sieben, acht Stunden. 15, acht Stunden. Okay. Bilder. Die sind alle gar nicht so krass qualifiziert. Da komme ich nämlich den. Er arbeitet von sieben... Acht Stunden und verdient... ... halt so viel, dass er glücklich ist. Noch ein. Sie hat die beste... Ja. Beste Qualität. Von 15 bis... Achso, acht Stunden. Ja, ist richtig. Und noch ein. Oh. Nice. Noch einer. Der ziemlich gut sogar ist. Und von 23 Uhr war das, ne? 23 Uhr, acht Stunden. So. Genau. Die kommen ja später dann, ne? Genau. Dann haben wir mal ein bisschen mehr Arbeiter. Wodurch wir dann halt ein bisschen mehr... Bisschen schneller bauen. Weil es halt echt gut ist. Ich hoffe, ich habe jetzt keine Straße lang gebaut. Das wird dumm. Nein. Habe ich nicht. Hoffentlich. Aber nochmal. Äh, so. Dann mache ich hier einfach mal die Loading Zone hin. Loading Zone... ... und Garbage Parkplatz. Ah, hier kann ich den Busstopp machen. Ah. Okay. Das kann ich natürlich auch hier unten irgendwie hinbauen, ne? Komm on, hier. Kann ich hier noch? Nein, kann ich nicht. Hier. Oh, lol. Sehr geil. Dann bauen wir da einen Busstopp hin. Bauen wir... ... hier einen Busstopp hin. Ja, geht schon schneller. Schon viel besser. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Die haben übrigens einen neuen Patch gehabt. Und einige Sounds hinzugefügt. Äh, zu dem Spiel. Ich weiß nicht genau, welche Sounds, aber ein paar hatten sie halt hinzugefügt. Und dann würde ich sagen... Ähm... Machen wir hier oben. Ich glaube, hier den Parkplatz machen wir komplett mit Steph-Oper. Only frei. Äh, voll. Hier. Dann hier noch den Parkplatz. Komplett Steph-Only. Und hier die Seite. Wow. Ja, mit zwei Arbeitern ist das doch schon wieder... Ach, schön. Das ist doch schon wieder viel besser. Hier, hier, hier. Und hier. Der Rest kommt dann... ... vom Customer-Parking hin. Hier auch, hier auch, hier auch, hier auch. Kann ich schon mal überall... ...Customers-Parking hinmachen. Obwohl, hier oben kann ich ja nochmal einen Busstopp hinmachen. Äh... Eigentlich auf die untere Seite, oder? Hier. Da kommt ein Busstopp hin. Haben die denn eigentlich... Oh, ja. Cool. Oh, lol. Da kommt ein Bus. Oh, jetzt ist er weg. Und wieder. Okay. Ach, die bauen hier oben schon mal weiter. Das ist sehr gut. Sehr, sehr gut. Was ist hier? Kann auch noch einer hin. Naja. Das macht ihr fein. Äh. Oh, meine Nase ist irgendwie... ...halb zu, halb nicht zu. Weiß ich nicht. Irgendwie... ...setzend. So. Wir wissen. Kommen welche mit dem Bus? Ja. Trinkt mir das eigentlich Geld? Weiß ich gar nicht. Ha. Das macht ihr sehr schön. Wir haben aber wenig Geld mittlerweile. Noch ein Darling kann ich ihn nicht aufnehmen, ne? Äh, wo war denn das? Hier war das. Doch, kann ich. 158.000. Über 100 Tage halt. 2.000 am Tag. Äh. Ich lasse es mal lieber. Erstmal. Euer Ernst? Das hättet ihr hier unten auch noch machen können. Mensch. Und hier. Ein kleines Fleckchen. Echt jetzt? Da unten wird gar nicht weiter gebaut momentan. Alter, komm. Hier. Eine kleine Mini-Reihe. Dein Ernst? Oh, hier. Ernst? Okay, die hauen jetzt ab. Genau. Die nächsten kommen aber gleich. Achso, da bauen sie schon. Ey, Leute. Hier. Echt jetzt? Kommt schon. Ist das euer Ernst? Ach, Mann. Aber ich glaube, Six... Äh, Six Seconds sag ich schon. Äh, ich glaube, The Mall ist bald als Projekt eigentlich beendet. Kommt dann mal zwischendurch wieder was, so, weil... Ja, wenn ihr hier die ganze Zeit selber mitwarten müsst. Auch das... Geld, sag ich mal, etc. Ist das halt ein bisschen anstrengend, glaube ich. Oder ein bisschen nervig. Bisschen langweilig. Aber... Ja. Wir müssen halt nur noch eigentlich ein Kino und ein Theater... Äh, und eine Bowlingbahn bauen. Dann hätten wir das sogar schon fertig. Eieieiei, das dauert aber auch lange, ne? Wieso habe ich hier jetzt ein... Nein, oh, mach den wieder weg. Der muss weg. Wir müssen Staff-Only-Parkplatz hin. Mensch. Hier kommen auch Staff-Ounis hin. Komm schon. Okay, hier ist ein Step-Only. Genau, schön. Hier auch. Genau. Und hier auch. Und... Dann muss ich hier noch einen hinhauen. Da ist einer. Und hier müssen auch noch zwei hin. Genau. Zack, zack. Ach Gottchen, das dauert so lange, ey. Nice. Sehr gut. Super, super. Ähm. Dann machen wir das auch nochmal voll. Das muss weg. Und dann kommt hier auch nochmal ein Staff-Only-Parkplatz hin. Und der Rest wird dann halt normale Parkplätze. Äh. Customers-Parking. Hier. 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 Hier, hier, hier. Oh, wir haben wenig Geld, ey. Oh, wenig Kunden, ne? Momentan? Irgendwie? Hier. Hier, die waren schon mal fertig. Schöne Sache. Los. Und Step-Only. Nice. Nice. clásisch. Baby.